Ganz ehrlich, ich glaube, dass die Herausforderungen und die Möglichkeiten so groß sind, dass wir wirklich, wir brauchen diesen Ruck, dass wir zusammenkommen und sagen, was ist denn das Beste für den Menschen, die Gesellschaft, das Land. Ich habe eher viel im Bereich Entrepreneurship verbracht. Ich habe die letzten 15, fast 20 Jahre in diesem Bereich verbracht. Ich habe Accelerators aufgebaut, Venture-Fonds geleitet etc. Und ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass Entrepreneure und ihre Companies, ihre Unternehmen super wichtig sind, überwiegend als Provokateur. Ab und zu findest du halt ein Unternehmen, das halt auch groß wird und skaliert, also die Facebooks, der Mark Zuckerbergs dieser Welt. Überwiegend passiert das aber nicht, weil skalieren irrsinnig schwierig ist. Ich glaube, und ich bin zu dieser Überzeugung gekommen, dass die Änderungen, die wir, wenn wir Änderungen in der Welt sehen wollen, passieren die von zwei Seiten. Das eine ist Großunternehmen und das andere ist Regierung. Das ist interessant für mich, weil das so ein Come-to-Jesus-Moment für mich war, weil ich halt wirklich für 15 Jahre irgendwie die Flagge hochgehalten habe, Entrepreneur change the world. Und ich glaube das auch nach wie vor. Wie gesagt, die sind die Provokateure, die diese beiden anderen Parteien, diese beiden anderen Spieler in diesem Spiel vorwärts bewegen. Das Beispiel, was mir das am meisten beigebracht ist, ist in den USA, hat Walmart, die ja nun zu Recht kritisiert werden für ihre Arbeitspraxen etc., sich aus irgendeinem mir nicht bekannten Grunde entschlossen, keine normalen Lightbulbs zu verkaufen, sondern nur noch zu Ex-Neon und später LEDs zu verkaufen. Und weil Walmart so viel Marktkraft hat, haben die im Grunde den gesamten US-Markt gezwungen, nur noch LEDs zu verkaufen. Du kannst in den USA, kannst du in den Laden gehen, es ist schwierig, ganz normale Lightbulbs zu kaufen. Du kriegst die nicht mehr. Es ist halt, diese Macht, die dieses Unternehmen hat, in die richtige Richtung gelenkt, hat eine irrsinnige Treibkraft. Deswegen verbringe ich jetzt relativ viel Zeit eben mit Großunternehmen und Regierungen, um zu versuchen, die von innen heraus so ein bisschen zu verändern. Energie ist super spannend. Und zwar, was bei Energie passiert ist, dass du halt auf der einen Seite konventionelle Energie hast, also carbonbasiert, kohlenstoffbasiert, also Öl, Gas, Kohle. Und diese Systeme, alle diese Energieformen sind beschränkt. Wir haben nur eine bestimmte Menge an Öl und wir hatten irgendwie in den 70ern ja schon mal Peak Oil und dann in den 80ern Peak Oil und so weiter. Und wir basieren eben unsere Preismodelle, basieren eben auf der Idee, dass es nur so und so viel Öl gibt oder so und so viel Kohle gibt. Und wir auch als Menschen, weil wir energieabhängig sind, wir brauchen Energie halt für alles, ja, vom Kochen bis zum Heizen bis zum geht nicht mehr, kämpfen wir Kriege. Im Grunde kannst du fast jeden Krieg, den wir als Menschen geführt haben, darauf zurückführen, dass irgendwie am Ende Energie als Kernaussage dort stand. Jetzt guckst du dir an, was passiert bei den Renewables und wie gesagt, interessanterweise getrieben von Deutschland, was sich aus irgendeinem Grund in den 90ern und den 2000ern Deutschland hingesetzt hat und gesagt, wir wollen Weltmarktführer im Bereich Solar werden, gerade im Bereich Solar und dann Wind auch, siehst du, dass die Energiepreise halt massiv fallen. Du hast jetzt 30 Länder in der Welt, wo der ohne Subventionen der Preis für Solarenergie und Renewables unter 30 Cent die Kilowattstunde ist. 30 Cent die Kilowattstunde ist so der Richtwert, den wir sagen, es ist so die billigste Form von Energie, die wir im Moment haben. 30 Länder, inklusive zum Beispiel Kalifornien, wo ich lebe. Was bedeutet, dass wir in so einen Bereich kommen, wo wir Energie im Grunde extrem günstig erzeugen können und auch extrem viel erzeugen können. Gerade mit Solar zum Beispiel kannst du, wenn du dir anguckst, wie viel Solarenergie auf die Erde einwirkt, jeden Tag, und du guckst dir an, wie viel können wir davon verwenden, stellst du fest, dass wir im Grunde im Überfluss Energie haben. Was dann bedeutet, dass du auf der einen Seite Kriege und die ganze geopolitische Situation, die damit zusammenhängt, im Grunde keinen Sinn mehr macht, auch wenn dir aktuell Politiker das nachsagen wollen. Und du hast ja Trump zum Beispiel in den USA, der halt im Moment ja noch in Kohle tief investiert, was wenig Sinn macht. Du hast auf der anderen Seite die großen, einige der wirklich großen Probleme sind energiebasiert. Wenn du zum Beispiel übernachdenkst, frisches Trinkwasser in Küstennähe, also die Desalinierung, also das Salz aus dem Wasser rausholen, ist ein Energieproblem. Wenn ich genug Energie habe, kann ich das machen, bis die Kühe nach Hause kommen. Israel lebt davon. Israel hat fast das gesamte Wasser, was in Israel getrunken wird, ist Salzwasser, das eben desaliniert wurde. Ist halt im Moment sehr teuer. Du änderst tatsächlich das gesamte geopolitische Lage. Was dann nochmal spannend ist, wenn du darüber merkst, denkst, die Länder, die die meisten Sonnenscheinstunden am Tag haben, sind im Moment die ärmsten Länder in der Welt. Da mag sich vielleicht auch was ändern. Wenn du überlegst, dass zum Beispiel Serverfarmen, also Google Serverfarmen Energie brauchen, viel Energie brauchen, vielleicht sind die bald in Afrika. Also da passiert eine ganze Menge und ganz, ganz spannende Dinge. Und ich glaube, Energie ist halt so eins dieser Themen, das halt uns alle betreffen wird, in interessanter Weise. Eins der Themen, das mich sehr berührt, ist, es gibt dieses Problem, dass nach wie vor in den Entwicklungsländern etwa alle acht Sekunden ein Kind stirbt wegen nicht genügend Nahrungsmitteln. In den gleichen acht Sekunden verkauft McDonald's 600 Hamburger und nichts gegen McDonald's. Aber es sind halt 600 Hamburger, die wir verkaufen in acht Sekunden. Und was ich interessant finde, ich habe mich in das Thema eingearbeitet und das Problem ist behebbar. Und zwar ist es behebbar mit einem, es gibt so einen Lösungsansatz, der wurde von den Ärzten ohne Grenzen entwickelt. Das heißt RUTF, das ist im Grunde Erdnussbutter, die in so kleinen Sachets ist, da sind Vitamine und Nährstoffe drin. Die gibt man den Kindern über einen zwei Wochen Zeitraum und Überlebenschance für die Kinder 100 Prozent. Das ist die einzige Medizin, die wir haben, 100 Prozent Überlebenschance. Ein Freund von mir hat eine Fabrik für diese Erdnussbutter. Das ist ein gemeinnütziges Unternehmen in den USA, die sind groß und einer der größten Hersteller von dem Zeug. Und ich habe mich kürzlich gefragt, ich habe mich mal gefragt, okay, das Problem besteht nach wie vor, es wird besser, aber es besteht nach wie vor. Wie viel Geld müssen wir als Gesellschaft global dafür ausgeben? Meine Annahme war, das muss ja riesig hoch sein, weil wir haben es nicht gelöst. Problem besteht nach wie vor. Und er guckt mich an und sagte, sie hätten das mal ausgerechnet relativ große Modelle gemacht, auch mit den United Nations und UNICEF und so weiter. Und festgestellt, es kostet ungefähr eine Milliarde US-Dollar. Eine Milliarde US-Dollar. Es gibt jetzt was, 7,4 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, die wollen alle Protein und brauchen alle Protein. Wenn du das tierisch herstellen willst, also vor allen Dingen Fleisch und dergleichen, hast du massive Probleme. Also irgendwie Kühe sind einer der größten Methanerzeuger, was eben zum Klimagas gehört, brauchen wahnsinnig viel Platz. Wir roden den Amazonas ab, um Kühe aufzustellen. Die brauchen wahnsinnig viel Wasser, Trinkwasser, was an anderer Stelle nötig ist. Ich glaube, die Herausforderung für uns ist, dass wir halt unsere Kreativität und unser Wissen dafür einsetzen müssen, diese Themen zu lösen. Wir können die lösen. Du kannst heute schon Fleisch- oder fleischähnliche Produkte in der Petrischale erzeugen. Die sind noch nicht gut, aber die werden irgendwann gut werden. Du kannst Farmen vertikal aufsetzen und in Containern halt große Mengen an Farmen erzeugen mit wenig Wasser, mit perfekten Nährstoffen. Wir können hingehen und da ist auch mal meine persönliche Kritik an diesem Thema GMOs. Also ich glaube, das ist missverstanden und ich glaube auch, die Debatte ist falsch, weil die Debatte ist halt grundsätzlich nein. Ja, irgendwie keine GMOs für mich. Ich glaube, das ist eine sehr arrogante Sicht der Welt, weil das nämlich heißt, mir auch egal, was mit dem Land passiert, solange ich meinen frischen Spargel bekomme oder was auch immer. Ja, ich glaube, dass wir, du hast in den Niederlanden zum Beispiel an der Universität dort gibt es Maiskolben, Mais, eins der Grundnahrungsmittel in vielen Ländern, der in Brackwasser wächst, also Salzwasser. Die haben aufgrund des Backlashes, also dieser Gegenbewegung, die wir zu GMOs haben, trauen die sich noch nichtmals mehr, das auszuprobieren jetzt im Feld, ja, weil die halt wissen, dass halt irgendwelche Aktivisten halt diese Felder zerstören und eben halt im Zweifelsfall halt die Hochschule anzünden. Ja, ich glaube, das ist eine sehr arrogante Sicht der Welt, wenn du halt sagst, das ist schön, wenn du dir halt leisten kannst, in den USA in den Whole Foods zu gehen oder hier irgendwie in den Gemüsemarkt zu gehen oder, ja, im Wochenmarkt einzukaufen. Und Nahrung ist halt nicht nur Grundnahrung, ja, Nahrung ist, was wir sind als Menschen, ja, und das heißt also irgendwie, was wir in unseren Körper reinpacken, ist halt, was sich, was unseren Geist, unseren Körper antreibt und wahnsinnig wichtig ist. Ich glaube, wir müssen da halt und können auch einfach mal einen ganz neuen Standard setzen, ja, und irgendwie da hinsetzen und sagen, was können wir machen kollektiv, um eben diese Probleme zu lösen. Und wir können sie lösen.